Willkommen zurück und heute zu Final Fantasy 4 hier in dieser Baronvorstadt, Burgvorstadt, wie auch immer. Was steht hier? Baron, einfach nur Baron. Achso, und das andere ist Burgbaron oder so. Wir wollten irgendwie über diesen verschlossenen Weg weiterkommen. Da kommen wir aber her, da wollen wir nicht hin. Und da ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe, muss ich erstmal den Weg finden. Waren wir hier nicht schon? Ja, ne? Wir haben doch mit ihr schon mal geredet. Blotz Hessel, dem Himmel sei dank, ihr lebt! Nein, 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 nein. Ja, das hatten wir doch schon. Was war hier nochmal? Autsch, ach ja, es ist ja heiß. Ja, wir hatten den Schlüssel bekommen, wir hatten den Schlüssel bekommen, wir hatten den Schlüssel bekommen. Ja. Ach. Ist das nicht hier gewesen? Ja, ich glaube schon. Tür ist abgeschlossen. Aber gleich nicht mehr. Wo ist dieser komische Schlüssel, den wir bekommen haben? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Yeah. Wir kommen rein. Super. Dann geht es jetzt weiter. Alter Wasserweg, Untergeschoss 4. Geht's nicht lang. Ist da was? Natürlich werden wir erstmal angegriffen. Oh, aber wir haben hier neue Feinde. Das ist immer spannend. Immer drauf, bitte. Für will hier überhaupt irgendwas noch werden. Wir haben Protis. Und... Graz-Magie. Weiß gar nicht, was da am meisten hilft. Wir greifen an, wir greifen an, wir greifen an. Oh. Direkt das Protis hat sich gelohnt. Weiter bitte drauf. Die haben jetzt ziemlich harte Schade, diese komischen Fische. Ähm... Vita wäre schön. Nee, ich will Schwarz-Magie. Was mögen die denn nicht so? Blitz vielleicht, weil das ja Wasser und so ist? Nimm mal den da hinten. Oh ja, auf Blitz sind die anfällig. Dann nehmen wir doch mal Blitz. Wenn das so Wasser-Viecher sind, dann ist Klaas, die auf Blitz dann anfällig reagieren. Oh, die Stufe ist direkt angestiegen. Und das ist auch. Das sehen wir natürlich gerne. Ich will nur mal gucken, ob hier irgendwas versteckt ist, weil da so ein Winkel war. Aber wir gehen mal hier weiter. Weiter. Eine Hai-Potion. Oh, noch mehr, Thun. Das ist schön. Eta. Sehr gut. Rache. Rache, das was? Rache, 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 Rache. Wo steht denn das? Rache, Rache, irgendwas. Da. Rache, das bewegt Blitz. Ach, cool. Das ist natürlich schön. Da werden wir auch direkt wieder angegriffen. Das ist ja nicht schlimm. Genau. Mach die mal schwächer. Dann sind die irgendwie anfälliger. Deren Abwehr ist dann nicht mehr so gut. Und damit sind die physischen Angriffe, glaube ich, auch besser, wenn ich das richtig sehe. Aber da hat gerade irgendwas geheilt. Und das auch. Oh, oh. Warum? Was machen wir denn da? Verteidige dich mal lieber. Warum heilt das denn die Viecher jetzt auf einmal? Voll doof. Dann machen wir eben verschiedene Zauber. Vielleicht sollte ich die einfach mal analysieren. Nächstes Mal, wenn ich die komischen Fische vor mir habe, analysiere ich die mal. Vielleicht haben die auch immer verschiedene... Oder greife ich hier mit etwas falsch machen? Nö. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Parlam oder Purum lag. Gangsstufe ist angestiegen. Und ja, wo geht es jetzt hier lang? Ich habe jetzt nicht schon im Kreis gelaufen. So, gibt es jetzt hier Analyse, will ich mal einmal. Und zwar, ja, nehmen wir mal, nehmen wir ruhig diese, die vorne sind. Und jetzt sei denn, er stirbt. Okay, er stirbt. Analysiere. Diese komischen blauen Fische. Status. Analysiert. Bisher reichten bei diesen Kleinen ja auch die einfachen Angriffszauber, wie Blitz oder Feuer statt jetzt Vollgar oder so. Äh, bin ich doof? Dann waren wir hier ja doch noch nicht. Achso, dann muss ich da lang. Ich dachte, da geht es dann zurück. Da habe ich mich vertan. Könnt ihr euch nicht mal wieder so... Oder blöss doch einfach mal genau. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen, dass hier die Schwachen nicht gleich drauf gehen. Und wir haben viele andere Viecher. Teller muss mal wiederbelebt werden. Kannst du das machen? Nein, kann ich nicht. Dann reißen wir an. Da, Engel. Einmal wieder beleben. Bei so vielen Leuten, die wir haben, ist es echt nicht schlimm, wenn mal einer stirbt, finde ich. Aber es kostet halt immer so viel MP. Und das finde ich dann natürlich auch nicht gut. Aber wenn es mal vorkommt, wenn man nicht aufgepasst hat, ist es jetzt hier in diesem Fall zu ihm nicht völlig fatal. Das heilt. Warum heilt das? Ich passe mal nicht auf, mit wem ich was gemacht habe, dass ich weiß... Der auch schon wieder. Hä? Ich glaube, das liegt an deren Angriffskrallen. Wie zum Beispiel jetzt bei, äh, Yang. Das ist ja doof. Hier, weinen wir auf. Und damit hat er die jetzt geheilt. Aber mit was? Mit Feuer wohl nicht. Eis? Ist Eis heilend? Eis habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, was der für, ähm, Waffen in sich hat. Und wenn der immer steht... Das ist die Entzug, haben wir gelernt. Mit Palom. Wenn der immer... Date-Analyse, äh, bababa gemacht, dann denke ich immer, hä? Warum wissen die denn jetzt nicht, gegen was die Feinde reagieren und was die angreifen und so? Naja. Einfach direkt an. Weiß nicht, ob wir die analysieren müssen, auch die Tiere. Da habe ich mich auch schon oft gefragt, ob wir die analysieren müssen, damit das in dieses, äh, Pokédex-artige Monster-Archiv irgendwie gespeichert wird. Ob die analysiert werden müssen dafür. Kann ja sein. Oder werden alle gespeichert automatisch, gegen die wir kämpfen. Das letzte Stufe ist mal wieder angestiegen. Hier. Unser Pro-Kämpfer. Unser Held. Wasserweg. Untergeschoss 4, vollständig. Drei Hype-Portions erhalten. Das ist schön. Kommen wir jetzt raus? Nein, wir kommen erst mal wieder ins Untergeschoss. Das nächste. Warte mal, da ist ein Gang. Ist ein Gang? Oh Mann, das sah so wie ein Geheimfahrt aus. Schade. Erst Schlag. Ja, dann drauf. Immer drauf. Sehr schön. Normalerweise würde ich, da das ja in Let's Play ist, auch viele Kämpfe einfach überspringen, aber... Oh, jetzt komme ich aber irgendwo raus. Jetzt bin ich hier irgendwo sonst wo gelandet. Oh Gott. Wo bin ich? Wo bin ich? Untergeschoss 2? Untergeschoss 3. Ich bin durcheinander. Hier kann man sich sehr gut verirren. Ich dachte, jetzt habe ich einen schönen Schuhweg gefunden, aber nein. Okay, jetzt macht sie Analyse umsonst. Das ist nicht so toll. Ja, Status des Zielobjekts analysiert. Und? Wie ist der Status so? Keine Ahnung. Oder machen die dadurch mehr Schaden oder was? Tellers Stufe ist angestiegen. Jetzt bin ich so weit sonst wo gelaufen. Weiß nicht, wo wir sind. Oh, da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Aufmerkungen. Oh, da ist eine Truhe. Ach, da ist eine Truhe. Ich kann viele Kabel nicht ohne Geräte. Was ist nicht so weit. Das ist eine Truhe. Oh. Da ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Aber die sind so weit. Oh, da sind die Kabel nicht ohne Geräte. Aber das ist nicht so weit. Was ich sagen wollte ist Normalerweise schneide ich sowas in einem Let's Play Auch raus, diese ganzen Kämpfe, aber In dem Fall sind wir in einer Hülle Wollte ich sagen Und ich weiß selber immer nicht, was da kommt Auch an Kisten und Wegen und Geheimfaden Und deswegen lasse ich das überhaupt alles drin Aber naja Hermes Stiefel Können wir da jetzt irgendwas besser mal ausrüsten Oder so Okay, da ist nix Da sind wir nix Ich hab ja auch zuletzt mich um einiges gekümmert Weiß nicht, ob jetzt hier Irgendwo schon was besseres Wieder bei ist, sieht nicht so aus Nein, nein, nein Nö Nö, 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 nö Und dann ist Young, glaub ich, eh der Letzte Nö Nö Irgendwie Eher nicht so Können wir vielleicht mal mit irgendjemandem Gucken, wo wir sind Okay, weil zwei Kisten fehlen uns noch Die hätte ich dann doch noch ganz gerne eigentlich Ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen Und das ist sowieso alles sehr kompliziert hier Aber immerhin weiß ich jetzt, wie viel uns noch fehlt Hm, das war klar Geht ja auch relativ schnell mit den Kämpfen Und selbst wenn ich jetzt überall hier einen Cut machen würde Das dauert ja echt eigentlich nicht lang Nur nervt es, dass wirklich alle zwei Sekunden Kampf kommt Es ist echt ein Makel, wie ich finde an diesem Final Fantasy Teil Dass es etwas zu übertrieben ist mit den Angriffen Es nervt schon Und das sage ich ja immer wieder eigentlich Es ist normal Also ich kenne das ja auch aus den anderen Spielen Aber die ganze Zeit ist halt schon nervig Wir zaubern auch sehr viel Ich hoffe, dass unsere Ja Zauberpunkte halten Das wäre blöd, wenn das hier nicht klappt Weg mit den blöden fliegenden Fischen Die nerven mich langsam Das hat mal wieder nicht geklappt Schade Ah, es hat ihn wieder geheilt Das ist doof Einer ist noch da Ein blöder Kacke Fisch Damit fertig Und der wird ihn jetzt wieder heilen, oder was? Ja, super Okay, ich glaube, ich muss echt mal die Waffen wechseln von Young Das geht so nicht Der heilt ja mehr, als er an den Angriffen macht Okay, weg Eigentlich ist es ja immer vorteilhaft So finde ich Wenn wir einen Rohkost bekommen Ich finde es ja meistens eher vorteilhaft hier Aber in dem Fall Zwei verschiedene zu haben Und was wird da nicht gut gehen? Flamme oder? Hm Kannst du die Ablegen? Ich nehme mal die Blitzert weg Dann hat er eben nur Flamme Vielleicht hilft das ja schon Wo sind wir? Ich sehe nichts Da sind wir So, jetzt einmal bitte die Sicht Von Palom Geht das? Können wir das? Nein Können wir Oh Teller das machen? Der hat gar nichts mehr Dann machen wir es mit ihr So rum Okay, wir sind da Vielleicht wäre ein Item auch mal nicht schlecht wieder Oh, nein Nein, 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 nein Nein So Portionen Wir haben zwar nicht viele, aber Eigentlich müsste ich auch Eter benutzen Eter ist auch immer rar in so Läden Wir haben zum Beispiel nur einmal Eter Das ist so wenig Hier bräuchten wir eher wieder ein Zelt oder so Wir gehen mal nach unten diesmal Ah, da ist nämlich eine Kiste Wie komme ich da hin? Nö, komme ich da irgendwie rein? Hallo, Freunde War klar, dass ihr wieder angreift Wir nerven diese Dinge So, jetzt wollen wir mal gucken, wie es mit Young jetzt aussieht Ich bin ja mal gespannt Young Ist dran Macht Young Schaden? Jawohl Jetzt macht er mehr Schaden und heilt nicht Das ist super Nur noch zwei Fische Sehr schön So soll es sein So kommen wir auch schneller voran Mach du nochmal ein Feuerchen Und du musst eigentlich tatsächlich mal wieder Teller heilen Der ist nicht ganz schön schnell tot Aber bei der nächsten Runde machen wir es Puh, Junge Die haben Lust bekommen Das brauchen wir eigentlich nicht Aber ja Hallo Oh Mann Hier war doch Oder war hier die Truhe? Ja, okay Spinnenfaden Jetzt hätte ich nochmal gerne die Sicht Wenn es geht Fehlt nur noch eine Kiste Eine feine Kiste Na dann Die eher so links ist Keine Ahnung, ob ich die schaffe zu kriegen Ich würde sagen, wenn ich bei der Kiste bin Ich mach mal kurz einen Cut Wenn ich bei der Kiste bin, schalte ich wieder zu Den Weg erspare ich euch mal Bis gleich Da bin ich auch schon bei der nächsten Kiste Hat gar nicht lange gedauert Einfach nur die Treppe hoch Da ist sie nämlich schon Bronze Sandohr aus der Schatzkiste erhalten Was ist eine Bronze Sandohr? Das wusste ich jetzt gerne mal wieder Vielleicht wusste ich es auch mal Und hab es schon wieder vergessen Bronze Sandohr Bewirkt kurz den Stopp Aha Bewirkt Sicht Ach, das Zwergenbrot Falls uns die Sicht ausgeht Das ist natürlich auch schön Und dann hätten wir natürlich Wenn alle Stücke reichen Auch noch den Weg nach ganz draußen wieder Ne? Hebt Schweinverwandlung auf Rohkost Toll Jetzt weiß ich endlich Wie man diese blöde Schweinsverwandlung wegkriegt Mit der blöden Rohkost Oh Endlich Das ist ja cool Mein Gott Das hat ja auch gedauert Hier kommen wir nicht weg Okay, er kann nicht mehr zaubern Das ist natürlich blöd Aber wir können mit unserem Stock angreifen Immerhin Brems Und mit Feuerangriff Das hat noch 24 Mehr kriegen Schaden Aber Feuer Das mögen die Viecher ja nicht so gerne Wie es scheint So, dann greifen wir wieder an Kostet auch nichts Und dann werde ich wieder einen Cut machen Und den Weg Zur nächsten Etage Oder wo auch immer hin Finden Bis gleich So, etwas weiter gelaufen Wieder die Treppe hoch Und hier rüber gibt es die nächste Kiste Da bekommen wir doch glatt den Äther Wenn wir sie dringend brauchen Und mal wieder die Fische Gerade eben habe ich gegen komische Schlangen gekämpft Schade, dass ihr jetzt zum Ende hin Nicht wenigstens Was anderes sehen konntet Als wieder die alten Fische Aber das ist man Ja, benutzt doch mal Ähm Genau Eine iPhone So Der ist auch weg Sehr schön Ach, da wird der Sessel geheilt Eigentlich finde ich Hat der das gar nicht so nötig Wie die anderen Aber egal Kann ich schaden Und weg Weg ist das Vieh Ich bin, glaube ich Die Treppe übrigens schon hoch gelaufen Aber egal Ist jetzt auch vollständig Wir haben Dafür, glaube ich, auch Hatten wir dafür Äther bekommen? Ich weiß es gerade gar nicht Ich mache mal eine Sicht wieder Das können wir uns noch leisten Okay Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Wege Wo es hoch geht Gehen wir einfach hier rechts hoch Keine Ahnung, was hier kommt Hier geht es anscheinend raus Burg Baron Okay Was ist dann aber auf der anderen Seite? Frage ich mich Den Kampf nehme ich mit den Fischen nochmal in Kauf Um zu wissen, was da ist Einmal mindestens Ach, da sind die Schlangen Da sind mal wieder die Schlangen Können wir hier nicht irgendwas Cooles machen mit? Ich weiß es nicht Greif einfach nochmal an Wir zaubern mal nicht Wir sparen das mal Zumindest mit den beiden Hier wieder so eine Schlange Weniger Die sind auch weg Training war es auf jeden Fall In diesem Part Viergekämpfe Das trainiert ordentlich Und was in den Kisten war Habt ihr auch mitbekommen Was ist jetzt hier? Ah Ja, gut, dass ich hier nochmal Zurück gegangen bin An der Stelle werde ich natürlich Speichern Und es ist auch eine gute Stelle Für einen Cut Wir sehen uns in diesem Part Von Final Fantasy 4 Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann